Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Canva hat gestern eine komplette Suite mit neuen KI-Funktionen veröffentlicht. Damit setzen Sie jetzt im letzten KI-Update eindeutig nochmal die Krone auf. Zum Umfang des letzten Updates habe ich bereits vor ein paar Monaten ein ausführliches Tutorial veröffentlicht mit dem Titel Canva kann KI. Das Video verlinke ich in den Anmerkungen. Wir konzentrieren uns deshalb heute auf die neuen Features. Diese neuen Funktionen nennt Canva Magic Studio und die sehen wir uns jetzt an. Wir befinden uns auf der Canva-Website in unserem Account. Hier sehen wir schon Meet Magic Studio. Wir klicken auf den neuen Menü-Eintrag Magic Studio. Und hier finden wir alle neuen KI-gestützten Tools und einen kleinen Trailer. Kleine Anmerkung, ich habe bei meinem Account Englisch als Sprache voreingestellt. Das Ganze könnte bei Euch also ein bisschen anders aussehen. Außerdem habe ich einen Pro-Account. Nicht alle Funktionen gehen mit der Free-Version. Wir beginnen mit Magic Design. Hier bekommen wir einen ganzen Schwung Vorschläge. Und wir nutzen jetzt die ganze Kraft der KI und geben hier oben in der Prompt-Zeile unsere Wünsche ein. Also zum Beispiel a flashy poster for a rock concert. Dann dauert es ein bisschen. Magic Design arbeitet für uns. Hier unten sehe ich die normalen Templates und hier finde ich die Entwürfe, die Magic Design für uns geschaffen hat. So flashy finde ich das jetzt nicht wirklich, aber egal. Vielleicht am ehesten noch das. Und jetzt kann ich dieses Template bearbeiten. Ich könnte die Medien austauschen, die Größe ändern und so weiter. Wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich hier noch diverse Dinge ändern. Ich kann meine eigenen Medien hochladen. Ich kann meinen eigenen CI-Guide verwenden und so weiter. Und natürlich kann ich jederzeit neu generieren, wenn mir was nicht gefällt. Vielleicht lassen wir mal das flashy weg. Und so komme ich ruckzuck zu einer ganzen Reihe von schnellen Vorschlägen, die ich dann bearbeiten kann. Cooles Feature, Magic Design. Dann schauen wir uns das nächste an, Magic Design for Presentations. Auch hier habe ich wieder einen kleinen informativen Vorschaltscreen und hier bekomme ich wieder Hilfestellungen. Wir probieren das gleich mal aus. Die ganze Macht der generativen Erstellung. A pitch for my guitar school. Und hier sehe ich schon die ersten Vorschläge. Sieben Stück. Das Design finde ich okay und das möchte ich jetzt auf meine Präsentation anwenden. Und fertig steht mein Design. Was dieses Bild mit Gitarre zu tun hat, erschließt sich mir nicht ganz, aber das macht ja nichts. Das könnte ich jederzeit ersetzen. Ich habe sogar schon Vorschläge bekommen, Rock your way to greatness, China Guitar School today. Und diesen Infotext möchte ich jetzt ein bisschen ändern. Ich benutze jetzt den Assistent MagicWrite. Dazu klicken wir das Textfeld an und dann auf MagicWrite. Dann gehen wir hier auf Rewrite und der Text wird neu geschrieben. Der ist mir jetzt ein bisschen zu lang. Da muss ich direkt rauszoomen. Wir gehen wieder auf MagicWrite und sagen Summarize. MagicWrite funktioniert in jeder Ebene. Ich könnte zum Beispiel hier auch sagen More Fun. Naja, so lustig ist es nicht. Sprinkle Fairy Dust. Schauen wir mal, was passiert mit Feenstaub. We the sorcerers of education. We've bespoken enchantments tailored to your unique style and aspirations. Na wunderbar. Jetzt wechseln wir aber schnell dieses Friseurbild aus und suchen mal eine Gitarre. Da haben wir einen schönen Shot. Den ersetzen wir jetzt einfach. Okay. Magic Design for Presentations. Damit kann ich sehr, sehr schnell die Grundlage für eine PowerPoint zum Beispiel erstellen. Nächstes neues Feature, Magic Design for Video. Auch hier bekomme ich wieder Informationen. Wir probieren es einfach mal aus. Und es beginnt damit, dass wir mal Fotos hochladen. Ich lade einfach mal diverse Behind-the-Scenes-Aufnahmen von den kürzlichen Drehs, die wir gemacht haben. Und jetzt beschreiben wir einfach, was wir haben wollen. Cool Video to promote by company on Instagram. Wir sind gespannt. Sehr lustig. Ich hätte die Art der Company wahrscheinlich spezifizieren sollen. So denkt Canva, dass wir auch Bier verkaufen würden. Allerdings die Erkennung der Bilder funktioniert relativ cool. Er hat hier gleich geschnallt, dass ein Symbol drauf ist. Hier kommt da Food. Warum auch immer. Live Music, das hat er erkannt. Hervorragend. Sale mit so und so viel Prozent. Sehr witzig. Und jetzt könnte man das Ganze natürlich feintunen. Die Musik ersetzen. Die Übergänge ändern. Und so weiter. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Ich habe extra vorgegeben Instagram. Also hätte ich erwartet, dass da jetzt ein Hochkant-Video kommt. Aber okay. Steht ja noch am Anfang die Technologie. Wir machen ein weiteres Beispiel. Diesmal gebe ich ihm ein paar Bilder von unserer Bergwanderung. Und wir geben vor, was es werden soll. He hike in the mountains. Die Bilderkennung ist wieder sehr schön. Er schlägt uns gleich neue Bergschuhe vor. ... Untertitelung. BR 2018 Ich bin positiv überrascht. Hier stimmt die Zuordnung zu den Bildern ziemlich gut. The sun is shining, the path is winding, Canva kennt die Pferde, das Trinken und so weiter. Wirklich witzig. Mit Magic Switch könnte ich zum Beispiel das Ganze jetzt ummodeln für Social Media. Und hier sagen wir gleich mal Instagram Reel. Hier muss ich noch ein bisschen anpassen. Das geht aber sehr schnell. Und fertig ist mein Reel. Jetzt lade ich Bilder hoch von unserem letzten Urlaub. Wir beschreiben was wir wollen. Vacation Time in Italy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Immer wieder bin ich überrascht über die automatische Bilderkennung und die Erkennung des Kontexts. Jetzt schauen wir uns eine andere Anwendung an von Magic Switch. Ich kann nicht nur die Auflösungen umschalten, sondern ich kann auch Übersetzungen anwenden. Und jetzt wählen wir einfach mal an, was wir wollen. Und zwar alle Seiten. Und da sind wir schon. Es ist leider kein Sonnenuntergang, sondern der Sonnenaufgang, aber da wollen wir mal nicht so sein. Magic Design für Video. In Kombination mit Magic Switch. Eine coole Geschichte. Ich würde es nicht unbedingt benutzen, um Longform-Videos damit zu schneiden, aber um mal schnelle Reels oder TikTok-Videos zu machen, ein super cooles Tool. Kommen wir mal zu den Magic Effects. Da habe ich viele schon getestet in meinem anderen Video. Checkt einfach mal den Link. Magic Edit war schon da, aber es gibt ein paar neue Funktionen innerhalb. Gucken wir uns mal an. Wir haben die Handtasche markiert. Dann klicken wir hier Continue. Und jetzt sagen wir einfach, was wir haben wollen. Halten wir uns mal an die Anleitung. Und ich bekomme, wie gewohnt, mehrere Vorschläge. In dem Fall vier Stück. Ja, mehr oder weniger brauchbar sind sie alle. Jetzt nehmen wir aber mal ein anderes Bild. Unsere schöne Urlaubsaufnahme. Wir klicken auf Edit Photo. Dann sehen wir auch die anderen Tools, die wir hier zur Verfügung haben. Wir gehen nochmal auf Magic Edit. Wir wählen den Bereich aus, den wir ändern wollen. Ich markiere ein bisschen großzügiger. Wir gehen auf Continue. Und ich möchte einen blauen Truck haben. Okay. Spannendes Resultat. Liegt sicher an der Größe, die ich markiert habe. Und der gewiefte KI-Anwender sieht schon, dass die Qualität nicht so wahnsinnig gut ist. Das ist eher so ein bisschen wie Firefly der ersten Stunde. Und kommt hier noch nicht an Riesen wie mit Journey zum Beispiel ran. Das Ganze ist auch eher geeignet, um kleinere Dinge auf dem Foto zu editieren. Nächste Tool ist Magic Grab. Und damit kann ich Subjekte vom Hintergrund lösen. Dann probieren wir das mal genau wie er sonst sagt. Magic Grab. Und schon hat er den Ballon rausgelöst. Canva wendet hier eine automatische Kombination von Freistellen und Content of Air Fill an, die hier auf dem Beispiel gut funktioniert. Machen wir mal ein Real-Life Beispiel. Edit Photo. Magic Grab. Hier hat er das komplette Bild freigestellt. Das ist allerdings sogar sehr gut. Wenn man jetzt zum Beispiel ein schnelles Sky Replacement durchführen möchte oder sowas, ist das eine coole Geschichte. Ich würde mir allerdings wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, nur Teile vom Bild zu selektieren. Vielleicht gibt es die auch. Vielleicht bin ich zu blöd und habe es nicht erkannt. Wenn ihr wisst, wie es geht, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Das wäre noch sehr wünschenswert, wenn das ginge. Dann gibt es Magic Expand. Das kennen wir schon von Photoshop und diversen Geschichten. Ich kann hier quasi ein neues Format vorgeben. Und klicke auf Magic Expand und bekomme wieder verschiedene Vorschläge. Auf den ersten Blick passt das alles ganz gut. Wie gesagt, die Detailqualität ist nicht so gut wie in Mid-Journey oder vergleichbaren Programmen, aber durchaus brauchbar. Das ganze Thema ist eigentlich Outpending. Auch hier gucken wir mal, was passiert mit Real-Life-Motiven. Dann nehmen wir mal dieses Bild. Und das möchten wir jetzt für Social Media ins 9-16-Format bringen. Edit Photo, Magic Expand. Und jetzt kann ich den Bereich vorgeben, den ich haben möchte. Nicht schlecht. Da ist ein kleiner Verlauf drin. Der Laubbaum macht ja nicht wirklich Sinn. Ja. Da haben wir Schriften drin, die wir nicht wollen, warum wir die herkommen. Brauchbar. Auch brauchbar. Dann probieren wir ein weiteres Feature aus, Magic Morph. Damit kann ich jetzt Shapes und Texten eine neue Textur verleihen. Folgen wir doch mal den Vorschlägen. Wir haben ja unsere Textbox, unsere Promptbox, Magic Morph. Und hier habe ich wieder meine Vorschläge. Ich kann auch vorgefertigte Stile anwenden, wie zum Beispiel hier Intricate Wood Carving. Ich bekomme diesmal nur drei Vorschläge. Für einen weiteren Vorschlag bekam ich eine Fehlermeldung. Das soll uns aber genügen. Hier gefällt mir tatsächlich die Qualität ganz gut. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Dateien, die in Adobe Firefly generiert werden, noch ein ganz anderes Level an Detail besitzen. Aber um schnell mal was zu machen, coole Sache. Naja, wie gesagt, das funktioniert auch mit Schriften. Nehmen der Einfachkeit halber hier einen Vorschlag und bekomme das entsprechende Beispiel. Eine witzige Geschichte schauen wir uns noch an. Ich habe mein Bild hochgeladen. Wir gehen auf Edit Photo und ich habe hier ein Tool, das nennt sich Grab Text. Das probieren wir aus. Und auf einmal sind alle Textelemente, die Kenva erkannt hat, ersetzt durch andere Zeichensätze. Ich kann das jetzt editieren. Ich kann es verschieben. Ich kann es komplett rauslösen aus dem Bild. Das möchte ich zum Beispiel löschen. Und ruckzuck habe ich meine Textinhalte neu gestaltet. Natürlich könnte ich die jetzt auch übersetzen lassen. Ich habe ein Magic Switch. German, here we go. Und hier habe ich meine Übersetzung. Witzige Geschichte. Die weiteren Magic Tools wie Background Remover und Magic Eraser behandle ich hier nicht. Die findet ihr im anderen Video, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Magic Studio von Kenva. Mein Fazit. Mit Magic Studio hat Kenva nochmals ordentlich einen draufgelegt. Aus dem ehemaligen Low-Budget-Grafikprogramm ist eine ernstzunehmende Design-Suite geworden, die fast keine Wünsche mehr offen lässt. Dem ein oder anderen Feature merkt man seine Jugend noch an. Aber ich bin sicher, dass wir in den nächsten Monaten hier noch einige Updates erwarten dürfen. Auf jeden Fall spannend zu sehen, wie konsequent Kenva auf KI setzt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Wenn du Lust auf mehr bekommen hast, schau gerne mal bei der Wolf Films Academy vorbei. Dort findest du den ultimativen Online-Kurs für Filmemacher. Von mir gibt es dort eine Menge Material und zum Beispiel die brandneuen Kurse AI Filmmaking und Streaming Pro. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Bis bald. Wir sehen uns.